So, es ist ein bisschen Dead by Daylight Killer-Zeit. Ich mache täglich hier, ich versuche mich daran... Ah, die war überhaupt... Warte, ich mache zuerst Leatherface. Er funktioniert sogar überraschend gut. Ich hätte gerne noch einen Pip, dass ich noch den einen Rank abkriege. Alles nicht so wichtig, aber wäre toll, wenn... Tschüss. Was haben wir denn da? 9 und Chili 7. Was ist das da? Erhöht die Zeit, in der Gas gegeben werden kann, bevor er den Wut ausgefüllt wird. In 2 Sekunden, ich weiß nicht, was das bedeuten soll. Wir werden sehen. Ich behalte meine Standardsachen hier mal drinnen. Dem habe ich ganz schön viel Zeugs. Beim Gas geben sind die auch in der Überlebenden im Umkreis von 8 Metern zu sehen. Das ist ziemlich cool. Gebrochen für 90 Sekunden, ist auch nicht schlecht. Das ist so ein Mini-Franklins. Nicht viel Gegenstände dabei. Oh. Ein bisschen. Okay, wir gucken, was passiert. Wie immer. Oh, guck mal. Wir nähern uns der 9000-Punkte-Marke. Ich brauche für ihn jetzt halt nur noch 5 Levels. Dann habe ich ihn auch auf Level 40 und alle Perks freigeschaltet. Dann kann ich mich nochmal auf andere Killer konzentrieren. Ich hatte gestern, habe ich nicht aufgenommen, eine Runde, die recht gut gelaufen ist, wo ich dachte, oh, da habe ich sehr viel Value aus Barbecue und Chili rausgekriegt. Ich habe auch irgendeines dieser Winterteile. Freigeschaltet. Es gibt ja irgendwie 6 Kosmetikteile. Ich glaube, eins habe ich freigeschaltet. Schrottplatz. Da sind schon Kratschspuren. Was ist das? Auch mal gut. Kettensäger wäre besser gewesen. Sie versucht direkt zur Killershack zu kommen. Schon Ruin kaputt. So. Ich guck mal. Klar. Habe ich noch jemanden in der Jagd? Fuck. Passaut. Gibt es hier gerade Spuren? Die rechte Maustaste. Oh, ich hab jemanden. Schade, dass mein Ruin weg ist. Ist da der Keller? Ach, fuck it. Geht doch. Es sind alle angehittet. Das heißt, ich kann jetzt sogar M1'en, wenn ich will. Die anderen Fenster. Dann ist es doof. Mist. Guck mal, ob ich will vielleicht noch dazwischen werfen möchte. Na, schlechte Interaktion habe ich gerade. Ich brauche... Ich brauche... ...Bambusel. Gibt es nicht, oder? Versaut. Ich hätte sie treffen müssen. Ich wusste, dass sie antäuscht. Was müsste ich sie eigentlich kriegen? Endlich. Aber gleich poppen die ganzen Gents. Siehst du? Der letzte ist wahrscheinlich auch gleich fertig. Ich weiß, dass sie nicht so gut ist. So, schmeiß dich immer dazwischen. Ja. Fette Haken. Alle drei. Jetzt wär so ein Popgast-O-Rüse ziemlich geil. Sofort zum Jens zurück. Der ist halt schon fast fertig. Kann sein, dass der jetzt auch angeht. Scheiße! Ich hätte sie wegziehen können. Was mach ich da? Geht doch. So. Oh ja, ich hab einen Tod. Kann zumindest dazu führen, dass ich... ...keinen Pip verliere. Na, gucken, ob da alle drei drin sind. Lucke, lucke, lucke. Immerhin. So. Bist du am Ausgang wartest, du kannst ruhig rausrennen. Das ist jetzt egal. Achso. Achso. Du musst nur mal sicher gehen. Das ist in Ordnung. Ich kann den noch kaputt machen, den... ...Schneemann. 50 Punkten. 50 Punkten, yeah. Hättest du dich eigentlich nicht heilen müssen. Ich bin eben, äh... ...One-Shot-Killer. Na? Und on the back ...is written the names ...Mary ...and Mom ...and Hells Angels. Ne? Ausgang, musst du ja eigentlich gefunden haben schon. Darf ich? Hm. Jetzt hab ich endlich rausgefunden, wie ich meine Kettensägen-Sprint verlängere. Ich hab das immer mehr der linken Maus, dass du gemacht hast, aber das ist natürlich die rechte, was du immer. Und ich hab das immer noch. GG. Ach, schade. Na gut. Happens. Oh, die, die ich umgebracht hab, war sogar die... ...Let's think of that. Mal interessant, ob er noch was zu sagen hat. Ne? Okay. Keine Ahnung. Finde ich interessant, dass er, äh, dann einen Satz reinwirft, der... ...komplett nichtssagend ist. Und... ...so, machen wir weiter. Dann auch keine... ...kein Interesse dran haben, das irgendwie zu erklären. So, ne, 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 bevor ein Wut hat, ich war ausgelassen, nur zwei Sekunden. Wie hört die Zeit? Ich glaub, das ist das Auflade-Dingst. Ich versteh nicht, warum das... ...äh, was es genau bringen soll. Ich fänd's ja toll, wenn meine Aufladezeit geringer wäre. Achtung, meine Fresse. So. Ein Tank. Interessantes Dwight-Outfit. Wir haben nur eine. Lohnt sich da Franklin's überhaupt? Infectious. Eiserner Griff. Was hat der Folter? Was hat der Folter? Wird von lohnt sich nicht, überladen. Vielleicht noch interessant. Na, ich nehm das mal so. Nicht Generator entkicken. Dann hat er so'ne supergeile Mega-Taschenlampe dabei. Na, gucken, wie er seinen Job macht. Ich nehm mal an, er wird... ...versuchen zu tanken. So. Oh, ein bisschen näher. Na, komm. So. Sieht man bestimmt viel, viel besser. Äh, äh. Mm-hmm. Mm-hmm. Hey. Ich check mal direkt mein Ruin. Kann nicht wahr sein, oder? Das war dafür, dass du innerhalb von zwei Sekunden meinen Ruin kaputt gemacht hast. Soll ich jetzt campen, deinetwegen? Das ist mein E-No-Fang. Willst du? Okay. Läuft ganz gut bisher. Dumm, die dumm. Okay, okay. Okay, okay. Scheiße. Na doch, geht. Wir haben jetzt einen Jain. Gut. Gucken wir mal, wie die anderen zwei gleich sind. Schon in der Nähe. Oh, Scratches. Cool. Auch keinen Keller. Ich höre sie noch. Ja, Mann. Wo ist er denn? Da. Geil. Ich finde, die Runde läuft ganz gut, ne? So, hattest du schon aufgehoben? Jawohl. Okay. Geil. Willst du? Na, ich will nicht. Ich will nicht. Die läuft ein bisschen anders als die Runde vorne drüben, würde ich sagen. Worked. Was ist da hinten hin? Ich will wenigstens mal kicken. Ich habe nichts gekickt in dieser Runde. Alright. Ui, nice. Okay, okay. Wir sind auch sehr nah beieinander. So, ich habe beide Ausgänge innerhalb von... Ach Gott, das tut mir ein bisschen leid für dich. Schafft sie, schafft sie, schafft sie? Nein, schafft sie nicht. Oh, okay. Oh, okay. Oh! Oh, okay. Oh, okay. Mary and Mom Das ist ein Lekker Nicht Wow, das war knapp. Interesting. Das war knapp. Okay. Hat doch funktioniert. Nur einen Pip. Schade. Verfolger. Ja. Ich finde, er funktioniert tatsächlich sehr gut. So einen Boon hatten sie dabei. Ich bin froh, dass ich ganz am Anfang einen Ruin gecheckt habe. Da konnte ich relativ schnell in eine Jagd gehen. So, 35. Ich brauche noch ein paar Punkte. Haben wir das? Jawohl. Ich bin froh, dass ich. Ich mache das. Hm. Nurses ist halt erst Level 1 Könnte sich Franklin's lohnen Meine Hände sind ein bisschen kühl Oh, ich hab vergessen, egal, zurück mitzunehmen Ein bisschen kühlschrank Ein bisschen kühlschrank Okay Noch eine gute Runde Egal wem Ich halte fest Ich hätte gerne diesen einen Pip noch Das wäre cool, Rang 5 zu werden Aber das ist Bei der Menge, die ich spiele, nicht so einfach Ja, aber morgen ist schon wieder der 13. So, ich gehe direkt mal schon rückenchecken Scheiße, jetzt sieht er mal rücken Okay, der weiß, was er tut Oh Na, die sollte er auf jeden Fall noch haben Aber zumindest haben wir schon mal einen Packen Was haben wir denn da? Zwei Stück, ganz da hinten Mist Ich wollte gerade Ich will sie in die andere Richtung haben Ja, okay Mist Mist Oh Sehr schön Ah, fuck Das ist mein Leck Oh, jetzt ist mein Leck so hoch Dass ich nichts sehe Ach, fuck Das ist mein Leck Ja, jetzt habe ich dich Mist Mein Ruin steht aber noch, oder? Nein Ist weg Ist gerade überbohnt wahrscheinlich Okay Halt sich direkt am Boden Sehr schön Ah, hängt es da oben Nein, tut er nicht Ach So der Tat Nein, hast du nicht Sehr schön Dann habe ich zwei Leute Am Haken Das ist sehr gut Nein Okay 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 Der muss weg Auf Nussfeld Okay Ist gut, dass sie die Cracker schon verschmissen haben Okay Gut Sie ist tot Oh, ist doch zu lang Nice Warte Schade Wäre cool gewesen Wie machen die das eigentlich die ganze Zeit In die zweite Phase zu kommen Oh, wenn es nicht so Jawohl Oh, geht Oh Interesting Okay Wir gucken mal Geht's dann auch weg Hab dich Hab dich Gutes Perk Ich komm damit gut zurecht Okay Guck mal, ob der noch da oben ist Sollte da dringend dagegen treten Dann gucken wir noch nach den anderen Okay Okay Ich stelle mir das irgendwie witzig Okay Noch den ein bisschen verteidigen So ein kleines bisschen Regressed ist Da ist jemand Sprintwurst Mist Mist Versäut Aber das macht nichts Hallo Sehr schön Und ich krieg die Ballette los Ich schätze mal, dass es auch mein Pip werden sollte Jetzt Und das ist GG So Wo haben wir denn einen Haken Da haben wir einen Haken Da haben wir auch einen Haken Ich bin heute meine 4Ks Deswegen Moink Sehr nice Ich mag die Runde Eins, zwei, drei, vier, eins Okay Zwei, drei, vier Eins, zwei, drei, vier Okay, verstehe Habe ich bei Kadi gelernt Bis 4 zählt Beziehungsweise mit diesem extra Chili bis 5 Uh GG WP Vielleicht haben wir jetzt ja jemanden, der nett zu mir ist Hey, ich bin Rang 2 Geil Heute sind sie nicht so antwortfreudig Aber was sonst Ähm 7 Yay So, jetzt kann ich wieder keine Pips verlieren Das heißt, ich kann mich jetzt ins Vergnügen stürzen Mit welchem Killer auch immer Das Kopfteil ist sogar gar nicht so schlecht für sie Nein, ist ja jetzt nicht Ähm 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 So, noch ein Level, dann 40 und dann ist er schon fertig, das ist cool. Ähm, Discordons. Es sind mittlerweile so viele Perks, dass ich Discordons und so viele Killer, dass ich Discordons gar nicht so oft im Einsatz habe zurzeit. Und Stufe 40, das ist Frankenstein, oder? Ja. Okay. Nice. Das Perfekt ist auch noch. Ich habe tatsächlich nicht so viele Healer Perks mit ihm bekommen. So, dann, weil ich mit ihr eine tägliche habe, spiele ich doch sie noch ein bisschen weiter. Sie kriegt auch noch ein paar Punkte. Äh. Sloppy. Ah ja. Verlängert die Zeit zum Aufladen eines Angriffs um 66 Prozent? Wow. Das ist, äh... Der Nachteil kommt so ein bisschen krass vor für den Vorteil, den es bringt. So. Kann man aber nicht. Ähm. Was haben wir denn da? Ach so. Dann nehmen wir das doch. Und das ist eigentlich fünfmal. Gut. Tana. Ich habe nicht so viele Perks mit ihr. Ich bleib mal bei Sloppy und Tana. Das sind beide Slowdown-Perks. Die können so teilweise auch einen, äh... Heilungsboden. 20 Prozent. Geben wir mal vom Supergrau acht Sekunden aus. Ich bin ganz allein in meiner Lobby. Ja, ich bin nicht mehr ganz allein in meiner Lobby. Ich gucke mit ihr. Habe ich dir nicht so viele Runden. Zwischendurch klappt es mal super mit ihr. Zwischendurch ist es einfach nur... Oh mein Gott. Ui, 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 ui. Boah, meine Hand ist kalt. Kalt ist es ja eigentlich jetzt mittlerweile oder warm. 14,2 Grad. Das wird. Wir haben momentan noch keine Küche. Und der Raum, wo die Küche reinkommt, ist momentan leer, weil er noch gefließt wird. Und er wird jetzt diese Woche gefließt. Und dann können wir den Ofen wieder anmachen. Das wird so toll. Das wird so toll. Oh, Dead Dog Saloon mit Pig. Oh ja. An sie habe ich momentan noch keine Erwartungen. Das ist immer ganz angenehm. Wenn ich mich nicht so unter Druck setzen will, weil ich jetzt momentan keine Pips verlieren kann, ist das auch egal. Das ist leider recht langsamer beim Schleichen. Ghostface hat glaube ich dieselbe Geschwindigkeit. Oder was du sehr wükschig bist. Einer. Na, ich verfolg mal weiter. Hast du die Mega-Safe-Palette? Das bringt mich zu viel. Ja, 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 ja. Kann ich den treten? Das wäre wichtig. Der schon halbwegs weit ist. Ah, ich mache erstmal das da weg. Stört. Die Palette stört. Ach, ich habe vergessen, den voll aufzusetzen. Ich steppe Chef. Mein Gott. Der macht den Gang gleich fertig. Bist du live? Äh, oder balanced? So, nicht zur Palette. Nicht ganz so gut. Äh, wo bist du denn da? So. Da hat der Haken an den. Ist egal. Okay. Ich weiß nicht, ob ich jemanden gesehen habe. Ich müsste mehr Angriffe aus dem Hinterhalt schaffen, das wäre cool für meinen. Warte, ich gucke, ob sie vielleicht doch da rein ist, aber... Ist sie? Geil. Das ist ein zweites Mal. Ich hänge nicht an den ersten Haken, ich brauche die Zeit für anderes Zeugs. Immerhin erst ein Generator und drei Haken, ist gut. Ist die denn gerade fertig? Oh. Well done. keine so super sichere wer ist retten was retten du bist nein denn so viel gebracht So. Vierter Haken erst. So, weiter geht's. Generator, Generator, Generator. Ach, Gott, sind die Generatoren. Weit weg alle von mir. Okay. Okay. Let's make your choice. Was er jetzt anspringt die ganze Zeit. Aber das ist gut, die Generatoren sind alle auf der einen Hälfte der Map. Das ist ein Vorteil für mich. Und die sind alle nicht so weit gemacht. Okay. Oh, hallo. So. Okay. Ich wollte es noch fertig machen lassen. Für sie ist es egal, weil sie jetzt tot ist. Yes, sir. Das hängt zum zweiten Mal. So, Generatoren sind da hinten. Ist das der Regressed jetzt noch oder ist der nicht mehr am Regressen? Ich bin mir bei der Mechanik nicht hundertprozentig sicher von dem Perp. So, ich lasse ich erstmal davon kommen. Schade, ich habe beide entkommen lassen. Dabei wollte ich doch nur nicht ganz so schlimm tunneln. Ich will meine Punkte haben. So, okay. Der ist jetzt gelb. Das heißt, da sind sie schon wieder am Machen. Ich weiß nicht, ob sie schon tot ist. Nein, okay. Der ist sogar schon recht weit. Da muss ich hin, weil der ist gleich gemacht. Okay. Mist, ich bin hängen geblieben. Stepp, Chef. So, jetzt sind sie alle drei wenigstens mal verletzt. Scheiße. Richtige Idee, falsche Ausführung. So, hier sind keine Paletten und gar nichts mehr. Ich habe für sie viel zu lange gebraucht. Dadurch, dass nur drei Leute da sind, ist das aber... Ich bin zu wild. Oh, der ist schon sehr weit. Ich kriege keine Angriffe aus dem Hinterhalt hin, was sehr, sehr schade ist. Ist direkt, okay. Schauen wir mal auch so. Ich meine, ich kann jetzt wahrscheinlich die Runde komplett M1 machen. Ich darf jetzt zwar nicht rumslacken, aber... Oh, der ist kurz. Das fing mit Kivitsch die ganze Zeit immer so. Hä? Das Spiel hat mich verwirrt. So, jetzt seid ihr erstmal wieder bei dir geheilt. Das ist voll okay. Dann trete ich hier noch Sachen. Sehr schön. Oh, schmeißt du doch diese Palette? Na gut. Wenn du noch nicht Balanced hast, dann solltest du das nicht machen. Schmeißt du? Die sind noch nicht ganz und mega erfahren. Die sind okay. Aber haben noch so ihre... Sachen, die sie lernen müssen. Genau wie ich auch. Aber ich werde lange nicht besser. Boink. No, klappt doch gut. Wollte gar nicht mich nicht beschweren. Hat sie ein bisschen Pech gehabt. Machen wir denn da ein und da ein? Die sind zumindest weit auseinander. Da könnte sie Glück haben. Okay. Oh, die sind echt weit auseinander. Boah, sind die weit auseinander. Warte. Krass. Okay. Ich glaube, hier sehe ich... ...ganz gut. Okay. Hier sehe ich sofort, wenn Licht angeht. Und hier sehe ich... ...nichts. ... Langsam musst du es probieren, sonst wird es für dich zu spät Du musst es probieren Ja, da geht's Ich wollte nur meinen Hinterhaltsangriff haben GG, WP Ne, nice Hab sogar noch einen Pip gekriegt Hab sie rausgelassen Ich denke mal Hey, ich krieg endlich mal einen GG Nur von der, die irgendwie rausgekommen ist, aber immerhin Ein bisschen hätte mich interessiert, ob ich sie auch gekriegt hätte, aber es war mir jetzt egal So, Balanced hat er so tatsächlich Ah ja, thanks Tinkerer, oder Technikerin We make it, wachsam Frontal Ah ja, das ist eine Täuschung, okay Frontal und, ach, du meine, Headon und, und, und Distraction, oder wie es heißt Okay, nice Auch mal eine gute Schweinrunde zwischendurch Ich glaube, ich müsste mal jetzt nochmal Die Rabenfrau spielen Because it's funny So, noch ein Level für dich Ach, jetzt schon Ganz gut, was du dazu beigetragen Ich müsste eigentlich auch Trapper nochmal spielen Trapper und Go Oh, hei, 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 hei Aber erstmal sie Hm Verfolgung Vielleicht auch noch ein paar Punkte Monsters Shrine Ja, danke Corrupt Corrupt brauche ich mit dir nicht so sehr Das ist zwar immer ein cooles Perk Für den Anfang der Runde, aber Uff Blöd Brauche ich nicht Ja Oh, sie ist auch schon recht hoch Okay Ausstattung Was haben wir denn da? Oh, warte Was haben wir denn Sonnenstoff? Ah ja, das ist cool Find ich okay Was ist Crawling? Bei Neuses bin ich mir noch nicht so ganz sicher, ob ich das brauche mit ihr Ich probiere es noch einmal Ich hatte es jetzt eine Runde dabei und es hat irgendwie nichts gebracht Um Oh, guck mal bei Lalalalalalalalalala Oh, die Hexe Oh, die Hexe Aber mit einem So sieht es ganz gut aus Ich glaube, das ist ein Undercut Und vom Namen gefällt der mir überhaupt nicht Von Michaela Diese Frisur Aber so von weitem weg Machst du das ist gut aus Clown müsste ich noch ein bisschen spielen Wegen Bambusel Und dann müsste ich Meyers irgendwann mal noch leveln Weil ich wollte mal ausprobieren Wie schnell der wirklich durch Fenster steigen kann Er hat ja schon eine erhöhte Geschwindigkeit Zusätzlich mit Bambusel Zusätzlich mit Fire Up Das sind zwar zwei Perk-Slots Einfach nur, damit ich schneller durch Fenster durchkomme Aber ich finde die Idee cool Um einfach noch einen Hit reinzukriegen Oder dann halt ein Insta-Down, wenn man In Evil Within 3 ist Oh, wieder so eine große Karte Schade Wenn da einer in der Nähe ist Dann hat man halt einen Hit Hallo Michaela Nice War es mein Ruin schon wieder? Ne, was nicht Das war mein Ruin Mist Jetzt müsste ich so beendet haben Oh Mann Was mir in Ruin weg ist Direkt schon ist Sehr bedauerlich So Mein Generator in Ruin weg Und ich habe meinen ersten Haken Ist nicht so mega Aber wir gucken was Passiert Okay Nichts Das ist ja mal übel Kann ich mal Paletten noch aufräumen 2, 3 Du bist weit in der Ecke Das ist sehr gut Boah 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 ist weg okay sehr gut schon viel so lange gedauert wahrscheinlich geht es die zweite gen gleich an ist doch toll wenn der explodieren würde sehr offensichtlich versaut Nicht zu spät. Oh mein Gott. Echt? Gehen wir mal hinter dir her. Der muss hier erstmal heilen. Im Grunde hab ich versaut. Ich bin mit ihr auch eigentlich nicht so schlecht, aber noch nicht so mega. Und die meisten wissen, wie man vorher wegkriegen kann. Das war's. Thanks. Müsste ich eigentlich hinkommen. Scheiße. Ich bin mit dir nichts mehr. So, leider. Nicht zu nem anderen Haken. Warte. Ich bin mit ihr. Nein. Blöde Kuh. Ich tunnel nicht. Seid ihr schon da? Ah, das ist der richtige Ausgang. Damit. Das war für mich keine gute Runde. Was ist der richtige Ausgang? Was ist der richtige Ausgang? Nachdem ist er. Wenn ich mich nicht verstehe, was ich nicht verstehe? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Hä? Habe ich nur zwei Stücke gesetzt? Na komm schon. Der Ausgang müsste längst offen sein. David! Ah. Hi. Ich hatte mal zwei super Runden mit ihr. Wo ich richtig viel Schaden mit den Vögeln gemacht habe. Und die gut gedauert kriege ich nur. Aber es wird. Es wird. 15.000. Alles Konsolenspieler. Dann bye bye. Es sind sehr viele Konsolenspieler unterwegs in letzter Zeit, habe ich das Gefühl. Das dritte Siegel. Aber. Versus Crawling bringt bei ihr irgendwie, also momentan zumindest, bringt es noch nicht wirklich viel. Corrupt weiß ich noch nicht. Ich guck mal, was hier noch so an Gegenständen ist. Keiner. Ah, das ist nicht viel. Verfolgung. Nehmen wir. Mhm. Hinterhältigkeit. Geht auch. Glutung und zerfleischt. Okay. Hm. Ich verbrauche erstmal Sachen. So wie immer. Was fehlt noch? Oh ja. 21. Gedöns. Die haben zwischendurch echt superschnell die Generatoren geprägt. Also die letzten zwei waren superschnell weg. Eben. Also der Plan ist es, wenn die Survivor. die ich verfolge, kapiert haben, dass sie nicht mich lupen dürfen. Dann lohnt es sich vielleicht für mich noch nicht mal die Vögel zu setzen. Die sieht so weird aus, die Frau. Sondern einfach Hallo Ruin. Okay. Bist du noch? Wenn sie rfk ist, wird sie einmal bestraft. Und dann gucken wir mal weiter. So. Ja, haben sie richtig gemacht. Ich mach das mal auf. Bist du noch an. Okay. Okay. Eine Palette losgeworden und die haben wir Felix. Oder Quintin. Bist du die schmeißen? Dann kriegst du einen Hit. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ist du in der Tat oder sowas? Nein, ist doch nicht. Sehr schön. Okay. 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 Beide auf einmal ist cool. Da bist du. Ich mag es, Bill zu hauen. Ich mag es, Bill zu hauen. Versaut. Ah, versaut. Das wollte ich machen. Gut. 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 Ah, mein Ruin ist weg, verdammt. Ah, mein Ruin ist weg, verdammt. Ah, mein Ruin ist weg. Ah, mein Ruin ist weg. So geht das. Ah, mein Ruin ist weg. So geht das. Ah, mein Ruin ist weg. 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 Immer schön höflich bleiben Oh, man sieht mich ja dumm Guck mal, hallo Nice Cool Das könnte Bill gewesen sein Man will, or the time At the Tat auf jeden Fall Ja, und auch at the Tat Probably Ah So, ah jo Enelgaden Okay So So Ne? Läuft bisher super heute Für den DC, das war echt Pech für die Armen Gut, öff, immer noch Ähm Ich hab noch mal Lust auf ne Runde Nemi Oh, 30 Dann hol ich aber das freischaltbare Block noch mit So ist doch in Armen Was ich bisher noch nicht verwendet hatte So Nemesis Schon viel zu lange hat kein Nemesis mehr gespielt Hm Lickertan Was haben wir denn da? Oh, endlich nochmal Discordans Lightbond wird sich gleich zeigen, ob sich das lohnt Wie lange spiel ich denn jetzt schon Erst anderthalb Stunden Gespielt haben wir denn Gleich halb sechs Hm Okay, Lightbond lohnt sich nicht Äh Fire up Na Die Vauer Hope Die Vauer Hope mit Nemesis Placing ist interessant Ah, eine Taschenlampe haben wir Oh, Placing könnte tatsächlich mal sehr interessant werden Ich kenne den Text nicht mehr richtig Warte I met a boy called Frank Mills On September 12th right here In front of the Waverley But unfortunately I lost his address He was last seen with his friend A drummer He resembled George Harrison Of the Beatles But he wears his hair Tied in a small bow At the back So Mal sehen Das kann auch ich gewesen sein, der so gerade vertrieben hat Okay Okay Dann sind sie tatsächlich schon da Kannst du erstmal da weitermachen Und ich geh mal zum Boot Geh weg Wow Wieso hat dieser Zombie nicht getroffen Das ist ja mal krass Geh weg Das kann nicht wahr sein, oder? Jetzt nochmal eine Gut Fuck Fuck So Einen Haken brauch ich noch Dann muss ich da hoch Oder ich lass den denn machen und guck mal wer hier so langgereint sein könnte Geil Geil Dennoch Ist gut So So Oh Komm schon Ach ich bin schon ein Schluck auf zwei Oh du gescheitst Zombie Ja nicht auf den Keks Denkst du mir jetzt schon wieder in Vores Gesicht Fuck Verlittel Nein Wieder so ein Kampf hier Schon Na ja immerhin drei halten Ja Okay 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 Vier Generatoren hier unten In der Naja das ist gut Gut Du hast den Generator Du hast den Generator Ist er Da Da Du hast den Ha ha. Haben sie den Generator? Die Zombies sind ultra useless in der Runde. Oh, hast du den noch vergeigt, weil das... Den haben sie fertig, der ist viel zu... Na. Einer weg. Wo war's denn, Jen? Du warst so offensichtlich da. Mist. Hier ist es... Wollt. 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 Mist! Soll ich? Na gut. Das kostet mich zwar das Spiel, aber das ist egal. Gibt's nicht. Mist! So. So. Verschlampe. Ist sie nicht tot oder hat sie noch einen? So. Sooo Ich krieg ich ja eh erstmal down Ich krieg ich, aber sobald das Dorf Schnell, dass ich sie nicht in der Welt Wir sind hier, aber wir sind hier Drei Bist du? und ich bin hier Ich bin hier, dann kann ich ihn aber, wenn wir sie nicht entfangen haben... Das ist was ich, dass ich nicht in die Tatsache Ich bin hier, weil sie nicht in der Tatache Aber dann müssen wir sie nicht in der Tatache Wir werden sehen, dass ich sie nicht in der Tatache Hattig, kein Keller. Sehr cool. Soll ich ihn rausnehmen aus dem Spiel? Soll ich ihn rausnehmen? Hier sind, glaube ich, schon alle Paletten weg. That hard? Soll ich ihn rausnehmen? Ist das so hart? Soll ich ihn rausnehmen? Hey, wo ist das? Oh, cool. Jetzt! So. Oh, der mit seinem scheiß Entscheidungsschlag. So, jetzt gucken wir mal, ob es hier einen... Da ist er. Gucken, ob das klappt. Gut. Alle DOH? Nein. Nicht alle. Und ich verfolge die full life. Nein. Nein, tue ich nicht. Die spielen ziemlich gut zusammen, muss man sagen. Du hast Balanced, also hast du keine... ... ... ... ... ... Was hier? Alle vier raus, aber ich mochte die Runde. So. Soll ich noch eine Runde spielen? Das würde ich aber nicht machen. So, müsste eigentlich für ihn reichen, dass er rauskommt. Das ist ja noch in der Tat. Darf ich dich auch noch mal Tentakel? Oh, dich wollte ich noch mal gehauen haben. Naja. 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 Nicht gut. Boah, ich habe in letzter Zeit so viel Hattenfield unten. Die laufen zwar alle gut. Aber dann habe ich immer Survivor, mit denen ich ganz gut zurechtkomme. Ich glaube, ich habe einen grauenvollen Ping. Da ist einer, und da ist einer. Nichts. Ist auch nichts. Doch. Doch. Alles klar. Uh, nice. Gut dazu. Warum machen die das eigentlich immer? Was haben wir denn da? Da ist einer. So. Natürlich. Okay. So, wo ich kein Ruin dabei habe, das ist super. Uh. Mist. Ich renne immer in die falsche Richtung. Du darfst ruhig wiggeln. Ich will dich nicht tunneln, aber ich habe niemand anderen gefunden. Meiner. Da ist sogar ein Keller. Das könnte eng werden. Das funktioniert. So, dass ich auch mal sagen kann, ich habe einen Generator getreten. Sorry. Ah, jetzt campe ich auch noch. Es ist so bedauerlich, was ich da mache. So. Eigentlich wollte ich nur in Phase 2. Okay. Ich lasse euch jetzt mal beide entkommen. Äh. 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 Zu einem Haus? Ach, du bist da noch drin! Scheiße, was mache ich denn da? Ich muss ganz schnell weg. Ich will doch nicht campen. Dankeschön, hast du gut gemacht. Ich gehe ganz woanders hin. Ah, verstehe. So, okay. Discordons. Okay. Super und Boost. Weil... Mech. So. Warte. Well done, I guess. So, ich müsste mal noch jemanden auf den Boden schmeißen. Hallo. sehr schön so fünfter haken anfängliche dunnel und kämpfen tut mir echt leid das war komplett ungewollt so weiter geht's eine haben wir ok wieso bist du eigentlich noch nicht geheilt alter der ist näher und etwas mehr so okay da da hinten haben wir was ok sehr gut da da noch einer generator ist ja ach verdammt ich brauche diesen meter so da ist ein haken es wird sogar knapp nicht so weit ist gut hier diesen zaun rumgehen ok er braucht schon tertakel level 3 kommst du oben aus dem fenster nein das nicht das ist cool ich komm nicht in phase 3 so da ist auch einer das ist gut dann d Wer hat so einen? So Okay, nehmen wir nicht da durch. Doch. Oh. Nehmen wir noch nicht auf drei, zum Kotzen. Schlecht gelaufen. Oh, sie ist tot. So, dann muss ich mal gucken, ob ich die andere Mech noch kriege. Was macht eigentlich Jake? Hast du einen Jen dran? Okay, nehmen wir sie. Okay. So, Jake, jetzt liegt es an dir. Einer, zwei, wo ist denn der dritte Jen noch? Ah, da. Ah. Der ist schon weg. Oh Gott, diese Generatoren sind ja mal übelst. Weil die Karte verteilt. Meine Zombies sind auch nicht gerade die Helden. In der Runde hier. Ich habe keinen Grund, dir irgendwas Gutes zu tun. So, dann haben wir die Ehre von denen, die ich auch noch mal gehöre. Zombie! Ich muss noch einen Zombie killen. Komm mal her. Yeah. Noch ein Zombie. Gott, der ist zu weit an der anderen Ecke. Es ist ein bisschen schade, dass Jake irgendwie nur den Jen gemacht hat. Der hätte locker... Er hätte locker... Wie heißt's denn? Oh, zwei Pips. Gebe ich ihnen einen GG? Ja, ich gebe ihnen einen GG. Auch wenn Jake sich gerade irgendwie... Komisch... ...verhalten hat. So. Okay. Fortfahren. So, dann habe ich jetzt die zwei Stunden voll. Ich brauche noch zwei Pips. Die hätte ich vielleicht tatsächlich gerne. Aber... Ich mache jetzt trotzdem eine kurze Pause. Und dann gucke ich mal, ob ich mit irgendeinem Killer noch zwei Pips viel verdienen kann. Weil das wäre cool. Dann hätte ich einmal in meinem Leben noch ein Fünf gehabt. Man wird hier mal zurückgesetzt. So. Okay, spiele ich nochmal Trapper oder so? Trapper gibt es ja noch, ähm... Ich denke, was ich gerne haben würde. Später. Jetzt nicht. Ähm... Vorersteller. Okay. Äh... Aber jetzt mache ich erstmal eine Pause. Und, ähm... Dann hören und sehen wir uns vielleicht später wieder. Bis dahin. Ciao.